Nochmal, der Widerstand ist ganz wichtig im Pazifismus und wir müssen dafür kämpfen, wir müssen dafür kämpfen, unsere Konflikte friedlich zu lösen und das geht nur ohne Waffen. Frieden schaffen, ohne Waffen, uns dafür aufraffen, wir müssen es schaffen. Der andere ist bedroht vom Tod, Waffen helfen kaum aus der Not, denn Abschreckung hat nicht funktioniert, der Krieg ist eskaliert. Frieden schaffen, ohne Waffen, uns dafür aufraffen, wir müssen es schaffen, doch können sie sich wirklich wehren, bessere Situation klären, da über gute Lösungen debattiert, zu besserer Lage führt. Frieden schaffen, ohne Waffen, uns dafür aufraffen, wir müssen es schaffen, Frieden schaffen, ohne Waffen, uns dafür aufraffen, Wir müssen es schaffen. Miteinander reden entscheidet, nicht nur vergehen angreidet, Zuerst mal gründlich analysiert, wie wird es auskuriert, Frieden schaffen, ohne Waffen, uns dafür aufraffen, wir müssen es schaffen. Wollen Stabilität und Frieden, die Menschen sich hier lieben, Und jeder, der sich für Schöne engagiert, allzu gerne bittet, Frieden schaffen, ohne Waffen.